Und herzlich willkommen zurück zu Uncharted Tracks Schicksal. Wir haben gerade den Generator angeworfen und wir müssen jetzt da anscheinend entkommen. Das heißt 19 unliebsames Schicksal ist das Kapitel. Und jetzt kommen gleich wieder Zombies und wollen uns auf den Sack hauen. Mal sehen. Okay. Ach ne, unliebsame... Scheiße, hau da ab. Unliebsame Gäste heißt. Hau ab, du Arsch. Hau wieder ab, du Arsch. Nein, 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 spring weg. Unliebsame Gäste heißt nicht unliebsames Schicksal. Das wollte ich die ganze Zeit sagen. Dann kommen die Spacken, ja. Scheiße. Noch lern. Wo ist einer? Komm her, du Basti. MP40 kann ich übrigens nur empfehlen. Gutes altes deutsches Gewehr. Eine Granate, noch eine Granate. Was ist das jetzt? Hebel. Und wo ist das wieder gewesen? Muss man das erkennen? Schrägstrich wissen. Was ist das? Hau ab. Geh weg, du Schreis V. Geht ein bisschen raus, ey. Ich hab keine Munition mehr. Verpisst dich. Verpisst euch, ihr blöden scheiß Viecher. Da ist ein Waffen. Wechseln. Hey, ich gewöhne mich an den PS3-Controller, ich gehe kaputt. Ich kann intuitiv selbst die Waffen wechseln, auch wenn ich laufen muss. Das ist nämlich die größte Scheiße bei dem Controller. Dass du, wenn du laufen musst und die Waffen wechseln willst, das mit einem Daumen zu machen hast. Man kann aber trotzdem sich rübergreifen, genau wie bei der Xbox. Da greife ich dann mit dem anderen Daumen rüber, mit dem ich die Kamera steuere. Und auch das funktioniert hier, wenn man sich ungefähr eingefuchst hat. Aber es ist ein bisschen beschissener. Trotzdem noch, aber es funktioniert. Man kommt drauf, klar. Okay, jetzt noch so ein Hebel-Schalter-Hebel, ja? Ja. Hebel-Schalt-Hebel. Der ist nach unten in der Tat. Ja, ich habe die Fighting-Ebel. Der ist aus. Der ist aus. Der ist aus. Der ist aus. Trophäe! Yeah! Ich habe es kaum am richtigen Zeitpunkt gesagt. Ey, wo muss ich hin? Hau ab, du blödes Vieh! Haut ab, ihr blöden Schweine! Ey, die Munition wird echt langsam knapp. Ah, das wird langsam zu einem echt miesen Tag. Aber echt mies. Oh Mann, die Viecher haben sie erledigt. Das ist ein deutscher Soldat, oder? Einfach nur. Wie komme ich hier wieder raus? Wo kriegst du Munition her? Das ist eine berechtigtere Frage. Garantiert da entlang. Scheiße, doch nicht. Nehmt die Knarre in der Hand, ey. Ich traue hier niemanden mehr. Huch. Hier wollen wir ja gerade. Das sind ja kaum ein Bier, oder? Doch nicht. Ein Film? Mein Ende naht. Die Teufel jagen mich im Dunkel. Das Gold von Eldorado ist mit einem Fluch belegt. Die Spanier entfesselten die Hölle und wurden zu Dämonen. Meine Männer sind alle tot. Ich muss es allein vollenden. Kein Schiff wird diese Insel verlassen. Ich habe alle zerstört und die Stadt überschwemmt. Das Böse darf dieses Eiland niemals verlassen. In meiner letzten Stunde empfehle ich meine Seele Gott. Erbarme dich dieses unheiligen Orts. Francis Drake. Mein Gott. Nein, nein, ich bin schon wieder. Die Spanier sind Dämonen. Die Spanier sind Dämonen. Deswegen haben die also bei der Champions League, sage ich schon, bei der WM das Auftaktspiel verloren. Also ihr eigenes Auftaktspiel. Ich bin sozusagen in der Rolle von den Niederlanden und sollte hier 6 zu 1 abziehen. Ich zweifle aber noch ein bisschen, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ekelhaft. Spanier Dämonen. Spanier Dämonen. Spanier Dämonen. Irgend so was. 105 Schuss. So lobe ich mir das. Wo geht's hin? Es bewegt sich. Oh, jetzt. Drehen. Ja, ja, ich drehe. Ich drehe. Ich drehe. Ich drehe. Geh auf. Haben die Deutschen ja ganz schön viel Peton reingepumpt, Alter. Und noch eine. Was soll Munitions sollte ich noch haben? Oh nein. Yeah. Hören Sie mich da drinnen? Nur zu gut, Mistkerl. Oh, Sie haben kein Mikrofon? Die Schade. Nee, trau ab, wir fuhren ab. Elyda! Lass sie in Ruhe, ihr M... Na wahr. Wenn du noch nicht mal ein kleines Mädchen im Griff hast. Soll nicht mehr vorkommen. Versprochen. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte mich nur bedanken. Fürs Finden von Eldoraden. Na klar. Ach, ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn wir Miss Fischer noch etwas behalten. Nur damit Sie und Ihr werter Partner keine Dummheiten anstellen. Bis dann, Nate. War ein Vergnügen. Macht nur. Ja, das Lachen wird dir schon noch vergehen, Dreckskerl. Das ist auch bloß, wie der Gegner mit Schuss wachen. Ein neuer Ort für den Gegner. Steiger gepanzert wohl. Allerdings haben wir auch eine ziemlich gäle Waffe jetzt. Oh Mann ey, wenn die sich den Schatz krallen. Weiß ich doch jetzt schon. Dass die sich da in solche Dämonen verwandeln. Und der Endboss ist der... Boss... Von denen hier. Die sich als Dämonen verkleidet haben. Also nicht verkleidet, sondern die sind Dämonen geworden sind, meine ich. Und der Boss wird bestimmt so einen ganz besonderen Dämonen. Und den muss man dann killen. Habe ich so nie kommen sehen mit den Dämonen? Hätte ich nie gedacht von Uncharted. Ich habe gedacht, das dreht sich ja wirklich bloß um Terroristen und Mans und Banditen und so einen Müll. M4. Ach, ich behalte sie noch einen Moment. Die ist so schön. Ich höre sie doch schon. Ach, da oben ist er. Komm, das kriege ich noch mit der MP40. Noch 5 Schuss. Komm, das kriege ich noch mit der MP40. Noch 5 Schuss. Halt, nett. Tod. Überlebenskünstler. Was soll das denn sein? Tod. Jesus. minimal necessary. Es geht's. Was soll das denn sein? Jonathan? Was soll das denn sein? Was soll das denn sein? Okay. Was soll das denn sein? 50 Eliminierungen mit der M4 Wenn es so weiter geht, nur eine Frage der Zeit, müssen wir es mit der MP40 haben Okay, da ist jemand Oh, der will der Sullivan sein Nee, ist nicht passt 2 Mal 2 mal 2 Mal 2 Mal zweimal mp4 aber was sieht es denn aus? ein ganz schön hässliches spanisches Dämonenvieh also es ist kein spanischer Dämon, sondern ein Spanier als Dämon zu einem Dämon geworden wahrscheinlich kommt es nicht auf einen Spanier an, aber es sind wohl angeblich Spanier, verdammt! Arschloch hättest du nicht auf den Typ schießen können, der da rum springt? na gut weiter geht es dann in der nächsten Folge von Uncharted Drakes Schicksal bis morgen, oder bis dann!